Hey Leute, was geht? Hier ist Maria aus dem Hertha-BC-E-Sports-Team. Ich habe heute drei Special-Gäste neben mir. Und wir werden heute gemeinsam Ratings erraten. Also freut ihr euch? Ja. Wer von euch will anfangen? Der höchste. Also wenn man jetzt komplett daneben wird, kann man dann bestimmt haben. Füßes? Ja. Bei Füßes wollt ihr hinten anfangen? Ja, ja, ja. Lass von dem Tempo anfangen. Füßes ist eindeutig. Okay, Füßes, was sagt ihr? 92. 20? Ich hätte gesagt, so Snackstreet 20 oder so. Wow! Ich hätte auch 26 gesagt. Mehr als 30. Mehr als 30. Ja, okay, 32. Also ihr könnt euch ja bessern, oder? Ich hätte gesagt, 32. 32. Okay, was sagst du denn im Defending? Auch nicht so? Schwer. Auch nicht sehr hoch, muss ich sagen. Aber... Also eher so ein bodenloser Stat? Ja, eher so ein bodenloser Stat? Nein, nein, nein. So. 50? 55. 55. Okay, dann gehen wir mit 55. Let's go. Okay, Dribbling. Dribbling. Ja. Das ist schon ein guter Stat. Hast du einen Defending-Strick, so in real life? Also ich z.B. bei FIFA mein Defending-Strick ist Reversalastico. Kannst du den auch? Ja, ich denke ich kann den, aber ich würde den jetzt glaube ich nicht benutzen. Dribbling. Wenn die Bromchen so lieben werden. Seit Bronzelkarten, ne? Also muss so ein 60er-Bereich liegen. Ja, ich würde schon sagen 68. 68? Dann geht's. Passen? Passen. Ja, passen kann. Aber seit Bronzelkarten, ne? Darf es halt nicht wissen. Ja. Muss man ein bisschen... Man muss halt realistisch sein. Aber ich würde sagen, auch vielleicht so ein 60er-Bereich. Ja. Ja. Sagst du kein Ding? Wie schwebt die denn? 73 geht. Oha. Nett. Sehr nett. Schuss. 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 Mhhh. Ist nicht so? Doch, würde ich jetzt sagen. Aber doch gegen Berners. Gegen Berners. Ja. 65. 65. Ja. Ja. Ich bin gespannt, ob die anderen was richtig haben. Mach 65 bis 70. Okay, ich mach 69. Okay. Okay, 68. Okay. So, Tempo? Tempo, damit wir auf den Wert kommen. Auf den 60er-Wert müssen wir da noch ein bisschen roter gehen. Ich würde sagen, so 65. 65. Ja. Boah, shit. 65. Machen wir. Unter 60 würdest du ihm gehen? Die Schildkröte oder was? 62? 62. Ja, FIFA geil. Nein. Ich mach 62, aber 65 merk ich nicht. Okay. Das ist seine Karte. Ich muss sagen, ich find die Stats schon sehr realistisch. Also, hoffen wir mal, dass wir überhaupt einen Stats richtig haben. Das ist auch mal all. Was will ich dir auch mal all geben? Also, das ist eine Bronzekarte. 64. 64. Ich weiß nicht. Ne, mit. Ne, mit. Ne, mit. Aber ich schaue hoch, wenn er... Ist gut. Ja. Ich glaube, meine erste war am Anfang, war glaube ich 60 oder 61. Echt? Das ist aber, glaube ich, auch die erste von dir, oder? Von euch beiden. Von euch? Von dir gab es ja schon. Ach, krass. Okay, das ist deine erste FIFA-Karte. Ist cool. Spiel kann ruhig. Wir weitermachen los. Ist keine Bronzekarte mehr? Boah, Gold! Wo wollt ihr jetzt anfangen? Ja, wir fangen mit Tempo. Okay, Tempo. Ja, ist schon schnell, muss man sagen. Ja, ist schon. So, so große Schritte. Große Schritte. Ja, große Schritte. Boah, ich hätte gesagt, 64. Ich hätte 75 gesagt. 75. Was sagst du? Einer von uns richtig. Ich weiß nicht, ich sag 72. Sagst du, du hast 74 für mich? Ich kann nur machen wie 74. Wenn du noch so einsetzt, ich mach's. Schieße. Okay. Schuss? Ja, ist verteidiger. Okay, verteidiger, aber immer weiter. Ja, leider. Also, du musst halt ein bisschen tiefer hier. Aber, FIFA wäre dann so 20 oder so. Ja. So ein Reisinger wäre dann, glaube ich, gegeben. Nee, war halt, ja. Aber du sagst so 56. 50. Deswegen 50. Ich hätte so nicht mal 46. Ich hätte so noch 55, 54 gegeben. Ja? Ich hätte mir natürlich mehr gegeben, aber... Ja, aber halt so wie FIFA. Ich sag, FIFA ist der Zinsor. 55. Also, sagst du, die States sind nicht realistischen FIFA? Nein, niemals. Niemals. Nee, ich entteilte mich. EA Creator. Hast du das schon? Ist auch über 70. Ist aber safe über 70, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Über 70? Ja. Also, wenn das nicht so ist, dann müssen wir was dran ändern fürs nächste Jahr. 73? Ja, komm. Bling. Das war eigentlich schon gut. Ja, also mein Lauf-Tier. Das heißt, mein Lauf-Tier. Das heißt, mein Lauf-Tier. Das heißt, mein Lauf-Tier. Das heißt, mein Lauf-Tier. Aber das wäre echt seltsam. Hast du einen Lieblingstrick oder so? Den du heute machst? Ich? Der? 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 Bei mir ist es meistens so, dass es hinter einem Standbein so abkappen einfach. Ah, okay. Jetzt kein spezieller Tricks aber. Kein, okay. Boah. Okay, dann würde ich sagen, Dribbling. Übersteiger reicht noch. Übersteiger? Die kriegen FIFA gut, also. 25, 25, 60? Ja, wird schon. Es heißt FIFA. Ich würde natürlich auch 90 geben, aber es heißt FIFA. Ich glaube, ich würde nur 62 aufschreiben. Okay. Okay, Defending, da müssen wir einfach mal wieder gehen, ne? Ich sage 83. Ja, ja. Also ich denke, es ist ein 80er wert. Mindestens. Über 80 vielleicht. Über 80. Ich habe auch vielleicht 81 so. Bin ich auch dabei. Ich bin 81 draus. Physis? Auch eine deiner stärksten Zeit. Da muss ich ein Minimum bei 90 sein. Ey, 99. Aber ich glaube schon auf 80. Ich sage auch 80. Ich sage auch 80. Ich sage höhere sogar als der Ende, glaube ich schon. Ich sage 81. Ich sage auch 81. Ich sage auch 81. Ich sage auch 81. Dein gesamtes Rating brauchst du auch noch? Overall, das gibst du dir? Ich kenne, das Rating kenne ich auch. Echt? Ja. Ich weiß es leider auch. Oh nein. Ich weiß es auch. Ja, ich schreibe es auch. Weißt du es? Nein. Dann noch sagen wir es. Boah, Jungs. Ich habe auch so, ich weiß es auch nicht. Das gute ist, er kennt 76. Ach, das ist eins weniger. 74. Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, kannst du weitermachen? Ja, wollen wir anfangen. Tempo? Ja, ja. Tempo. Bin ich schnell? Nein. Sag mal, du bist keine Ente. Das ist nett. Aber schon so, alle Grundstelligkeiten sind auf jeden Fall vorhanden. Wir müssen nicht nur realistisch bleiben. Wir müssen nicht nur realistisch bleiben. Wir müssen nicht nur realistisch bleiben. Sagt man mehr als er? Also ich würde safe sagen, würde ich sagen, ist er schneller. Aber in FIFA ist er langsamer. Also soll er dann so, soll er dann so 60? 60, ja. Nach 60? Ne, ich will. Also 50 wäre schon respektlos, oder? Ja, also alles unter 60. Alles unter 60 ist respektlos. Ja, okay. Wenn ich langsam bin, dann sage ich, das ist auch weg. Okay, warum weiter? Aber bei Schießen kämpfe du weißt ganz genau. Was? Weil ich schießt, wenn du was drauf schießt. 11. 11? Oh, das kostet. Spaß. Okay, schießen. Also ich würde dich bei den anderen Sachen besser einschätzen als bei Schießen. Schießen wird bodenlos einkommen. Guck mal, dann spring das einfach erstmal und mach es dann die guten Stelle. Okay, pass. Die guten Steps. Ja, pass. Physis. Physis. Okay, was gibst du den Physis? 65. 65? Besser als 32, ne? Ja, auf jeden Fall. 65. 63 kam bei. Das ist Bronze Cup. Dann gehen wir zu passen. Passen, dann machen wir zu Clare-Bezo. Ja, machen Clare-Bezo. Machen Clare-Bezo. Machen Clare-Bezo. Passen so. Passen so riesig irgendwie. Ich glaube, passen. Ich glaube, passen ist so eine 66. Ja, ich hätte auch über 60 auf jeden Fall gesagt. Ich hätte auch über 60 auf jeden Fall gesagt. Ich hätte auch. Ich hätte auch. Ich hätte besser gesagt auch sogar als Physis. Ja? Ja. Ich hätte, ich würde glaube ich auch über 65 auf jeden Fall gesagt. 65 auf jeden Fall. Aber ich weiß es selber nicht. Was für ein Stift? Defens. Okay, da musst du aber eigentlich. Gut. Ja, gut. Defens. Guck mal, er hat 55. Wenn ich auch schlechter bin als Benze, dann ist das auch besser. Also ich glaube, das muss auch besser sein als meins. Du hoffst doch, deine Physis ist besser. Ich glaube, defensiv am höchsten, als ich jetzt war. Ich glaube, ich sage 67. 68. Ja. 67, 68. Kann ich mir nachdenken? Kannst du auch. Dein Lieblingschiff? Ich sage, die Schuss sind wirklich meine... Also ich glaube, wir müssen erst mal auf Schuss jetzt gehen. Okay. Aber das wollte ja natürlich Schluss. Ja, aber ich habe... Da hat aber noch ein bisschen Angst vor. Nein, nein. Aber ich habe mich im Kopf. Okay, sagt 48. Und du? Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Okay, komm. Wie gesagt, ein 40er reicht. Ich würde dir wirklich nicht unter 50 geben. Aber ich hätte dir... Ja, aber mach... Ich hätte glatt 50 gegeben. Ich hätte glatt 50 gegeben. Noch 9 Fitschen halten. Nein, nein. Nein, glatt 50. Nein, glatt 50 hätte ich... Glatt 50, okay. Aber wenn es schlechter ist, dann ist es so. Aber ich finde nicht, dass es so sein kann. Dribbling. Mein Lieblingschiff, ich würde nur Schuss hin machen. Schuss? Ja, ja. Schuss hin. Aber sonst auch. Du musst es vorbeilegen. Das ist wirklich so dein Ding. Aber ich glaube, Dribbling ist unter 60. Aber ich glaube, Dribbling ist unter 60. Muss ich alles sagen. Ich glaube, so eine 7, 58 oder so was. Ich glaube, die war noch schlechter. Aber egal. 54? 50? Ja. So. Und dann Overall-Rating? Ich weiß. Aber schlechter als er, oder? Ja, same. Okay, dann hättest du gesagt 62. 62 nun? Ich hätte auch. 62, 63 gesagt. Weil wenn es ist unser Star. Was ist es? Deswegen sagst du 60. 60? Ja. Nein. Eey. Egal. Aber es hat mir gesagt, was ist der K60? Einschießkarte. Das ist cool. Ey, aber das ist auch deine erste Karte. Das ist meine erste Karte. Für die erste Karte ist das krass. Das ist wirklich super. Nur ganz selten. Ich würde spielen. Selten ist super. Ey, du darfst dich gar nicht vorstellen. Ich spiele schon dann prozentig. Ich spiele nicht. Mit Mathe, mit 32 Spiele. Aber es gibt doch diese Evolution-Mode. Stimmt. Evolution-Mode. Habe ich auch schon gesagt. Ja. Ich bin schon am Kennton. Wer hat das schon vorgestellt und FIFA wollte schon vorgestellt. Nein. Sorry. Ich finde, die Karten sind gut gelungen. Also ich hoffe mal, dass wir nicht so falsch schlagen. Wir würden sagen, wir lösen wir hier gemeinsam auf. Ich weiß nicht, wer als erstes kommt. Mhm. Was schätzt ihr werdet am besten hier erraten? Oh, ich sag. Ich glaube, mein Camp ist so ein bisschen wie eine Goldkarte. Kann man besser einschätzen. Okay. Ich würde sagen, die erste Karte ist Camp tatsächlich auch. Was? Ich habe 50 gesagt. Also Tempo 75. Was habe ich gesagt? Also es ist gut eigentlich. Schuss 42. 55. 52. Ja. Passend haben wir 46. Das ist respektlos. Das ist respektlos. So. Dann haben wir Brimling 62. Ja. Das haben wir richtig gut gemacht. Haben wir geschafft, ja. Defending 75. 81. Und Physis 78. Da hätte ich auf jeden Fall einen 80er verliebt. Also ich finde dein Passen, ne, das ist 50. Sagt die Fans, der wäre 78. Ja, aber ich habe es ja gesagt, letztes Jahr war auch für den Passen. Also findest du dein Passen ein bisschen besser sein? Ja, wenn man es im Vergleich sieht zu anderen Karten, ist es schon sehr wenig. Aber zwei Sets haben, denke ich, ganz gut. So Tempo und Umweg haben wir richtig. Füßes und Passen muss geändert werden, oder? Ja, also Passen ist auf jeden Fall mehr auf jeden Fall über 80 oder 80. So, nächste Karte. Oh, falsch, sorry. Deswegen? Ach so, nein, 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 pass auf, ganz kurz. Ganz kurz. Nein, es ist ein Fehler. Wir haben leider die falsche Karte geliefert bekommen. Einfach kurz ignorieren, du hast keine Silvarkarte. Aber vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht nächstes Jahr, okay? Okay, ignorier es einfach erst mal. So, wir haben Tempo 65. Haben wir auch ganz gut. Schuss haben wir hier 54. Du hast ja 68 gegeben. Ja, 67. Passen haben wir hier 64. Du hast 53. Ah, ist okay. Dribbling ist ganz gut, haben wir geschätzt. Das ist hier 66. Du hast sogar 68. Defending 55. Haben wir hier 24. Wow. Und guck mal, du hast sogar mehr Füße. Ja. Du hast doch 46, wirklich auch 50 Füße. Wir haben alles gesehen, was du gemacht hast. Ja, krass. Stark. Ist gut. Ist aber auch gut geschätzt. Ja, genau. So. Und deine Karte. Okay. So. Die letzte Karte. Können wir schon einschieben? Ja, okay. Tempo 56. Oh, schießen. 32. Hallo, nicht lachen. Du bist sehr ernst. Nicht lachen, okay? Korrekt. Alles okay. Okay. Wir haben Tempo 56. Wer mir 60 gesagt hat. Schuss 32 ist hohe Schuss, oder? Ja, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall besser schießen könnte. Also mindestens 50, oder? Ja, ja. Mindestens 50. Aber das versteht ihn. Denkt nicht, ey, ab und ich will, da können ich schießen. Ja, ja. Defensive, oder? Nein, das geht nicht. Wir haben zwei linken Füße. Okay. Okay. Das ist nicht einer schlägt. Passend 52. Da hast du 65, glaube ich, ja? Was hat sich da passen, Marco? Bei meinen? Das ist 65, guck. Nein, der passt, glaube ich, glaube ich. Okay. Passend ist bei dir 56. Ich glaube, 52 ist richtig gut. Ja, ja. Ey, das ist richtig gut. Ich dachte, das wäre erst egal. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich gut. So, Drübbeling 46. Kann man, kann man mitlegen. Ist okay. Guck mal, also Fending 64, 68 auch mitlegen. Ja. Und Füße ist 59, 63 auch mitlegen. Ja, das stimmt. Also, ich würde bei dir bei... Was hat er jetzt nur noch für 56? Wo ist ja eine Karte? Ja. Ja. Ja, ist okay. Aber sein Tempo ist halt... Das ist respektlich. Also, sorry. Also, du würdest sagen, du bist viel schneller als er? Ich bin... Also, ich würde sagen, er ist vielleicht ein bisschen schneller. Also, auch nur ein bisschen. Ein bisschen, okay. Also, ich würde schon sagen, dass ich... Also, eigentlich hättest du dann auch so eine Fake-Silver-Karte verliegen, oder? Nein. Ich bin zu viel. Ja, ich zeig dir einfach eben. Ey, gesagt euch! Ja, gesagt euch! Ja, ehrlich! Nicht ja! Also, ganz ehrlich jetzt. Die Schnee hat eine FIFA-Karte. Ja, genau. Und wenn man wirklich stolz drauf sein, und wenn eure Karten... Das funktioniert super. Seid ihr ein bisschen zufrieden mit den Bildern? Ja, safe. Bei mir ist schwer. Ehrlich? Das ist schon ein bisschen älteres Bild. Um 15 oder um 16, aber ist okay. Also, Leute, das war... Somit haben wir hier festgelegt, er ist Silber, er ist nicht Bronze, damit ihr bescheid wisst. Und der hat mega viel Spaß gemacht mit den Jungs, Ratings zu erraten. Ich glaube, ihr hattet hier auch so viel Spaß. Ja. Ihr könnt gerne als Abschluss wollen haben, zu euren Karten. Er hält sich noch so richtig stolz. Also, EA, damit ihr bescheid wisst, wollen passen. Muss demnächst auf jeden Fall ein bisschen angucken werden. Weil unter 60 ist schon sehr maub. Bei mir auf jeden Fall auch Fysis, muss hoch. Ja, beim Planer, aber sonst alles top. Und bei dir? Und ich sag bei mir ganz klar Tempo. Tempo. Also, ich kann nicht... Besser als gerade werden. Es muss besser sein, ne? Ja. Also, overall, wir haben hier zwei Neulinge im Ultimate Team. Also, ich freue mich euch zu spielen, wenn ich so mal dazu kommen sollte. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke auch. Dankeschön. Dankeschön. Sollen wir noch was sagen? Hoffentlich.